Was ist die Automatisation eines gesamten Gebäudes mit allen technisch ansprechbaren Einrichtungsgegenständen? Das fängt an von der elektrischen Jalousien, über den Eiskasten, den man so lange offen lässt, der Alarm gibt, bis hin, dass der Brief über einen Lift geliefert wird auf den Punkt, den Sie möchten im Haus. Das heißt, wenn ich jetzt drücke, das ist die Fernbedienung dazu, dann bewegt sich alles in meinem Haus? Ja, ich kann was probieren. Es werde Licht. Und es wird Licht. Seit wann gibt es denn so etwas? Smart Home gibt es seit ca. 1955. Da gibt es die ersten Vorläufer dazu. Da hat sich natürlich in der Technik viel getan. Früher hat man das noch mit, kann man sich vorstellen, Kontaktschaltern und Relais und so gemacht. Heutzutage verschwindet die Technik in Racks, in den Keller meistens, in den Häusern, in so kleinen Art Rechenzentren. Und man bedient die komplexe Technik nur noch über ein Touchpanel praktisch. Wobei hier gibt es auch unterschiedliche Auswahlungen. Man kann so ein Touchpanel haben, eine kleinere Fernbedienung wie drüben. Oder auch in der Wand, wie man es üblich gewohnt ist, Taster zum Beispiel. Gibt es natürlich auch. In welcher Preiskategorie bewege ich mich denn hier, wenn ich das für mein ganzes Haus machen möchte? Einfachere Lösungen, einfache im Sinn von Anspruch des Bauherrn. Beginnen ca. bei 70.000, 80.000 Euro. Und man kann es ausreizen, irgendwo wahrscheinlich bei 700.000, 800.000 Euro ist bei einem sehr großen Einfamilienhaus doch dann die Grenze erreicht der Sinnhaftigkeit. Und was ist denn Ihrer Meinung nach die beste Funktion an dem ganzen Smart Home? Als Frau würde ich Ihnen empfehlen, den Paniklichttaster. Das heißt in der Nacht, wenn Sie alleine zu Hause sind und Geräusche hören, haben Sie eine Taste am Nachtkasten und alle Lichter im Garten und im Haus gehen auf einmal an. Wenn Sie ein Mann sind, würde ich Ihnen wahrscheinlich den zentralen Ein- und Ausschalter empfehlen. Das heißt, Sie verlassen das Haus, ziehen Ihren Finger, so wie wir es hier auch haben, über einen Fingerscan drüber und das komplette Haus schaltet sich stromfrei. Was halt stromfrei sein darf, also der Eiskasten bleibt natürlich auf Strom, aber die ganzen anderen Stromabnehmer werden abgeschalten, die Jalousien fährt automatisch runter, die Alarmanlage aktiviert sich, das System kontrolliert, ob alle Fenster geschlossen sind. Wenn Sie eine Gartenbewässerungsanlage haben, aktivieren Sie sie zum Beispiel, weil jetzt sind Sie eh weg. Also das kann man alles machen. Was ist denn der Design-Trend 2010 im Bereich Technik? Also der Design-Trend ist schlichte Formen, viel technisches Know-how, viel technischer Inhalt, wie es jetzt hier zum Beispiel präsentiert wird von unserem neuen Löwe-Referenzmodell. Es ist enorm viel Technik in diesem Gerät und ein sehr, sehr stylisches Design. Was kann dieses Gerät denn genau? Was macht es so einzigartig? Sie haben hier eine Festplatte eingebaut, das heißt Sie können aufnehmen, Sie können zeitversetztes Fernsehen, Sie können einen Sat-Tuner eingebaut, einen Doppel-HD-Sat-Tuner, das heißt Sie haben alles mit einer Fernsteuerbar, Fernsteuerbar. Das ist wirklich vom Bedienkomfort ein Highlight. Und sagen Sie mal, ich sehe hier überhaupt keine Kabeln, beziehungsweise nicht wirklich. Wie ist das gelöst worden? Das wird teilweise unter den Paneelen geführt oder wir streamen hier auch Musik, das heißt wir können auch kabellos ins Internet zugreifen und kann mir auch Bildinhalte und Musikinhalte über WLAN auf dieses Gerät rüberbringen. Und in welcher Preiskategorie bewege ich mich bei diesem Meisterwerk? Also hier liegen wir bei 12.000 Euro, klassisch nur das Gerät. Ich kann mir dann verschiedene Zubehörkomponenten, so wie es hier ausgestellt ist, dazunehmen, also die ganze Heim-Hifi-Anlage dazu. Da liegen wir dann zwischen 20 und 25 Euro in der Ausstattung. Vielen Dank. Vielen Dank.